Hallo, in diesem Video sehen wir uns den unbestimmten Artikel ein im Nominativ ein, im Akkusativ einen und im Dativ einem an. Hier verwenden wir die maskuline Form und sehen andere Wörter, die nach dem gleichen Muster verlaufen. Ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser und euer. Und los geht's! Deinen, deinem, sein, seinen, seinem, ihr, ihren, ihrem, unser, unseren, unserem, euer, euren, eurem. Und noch einmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann! Ciao! Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Bis dann! 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 Hallo! In diesem Video sehen wir uns den bestimmten Artikel der, den und dem, also die maskuline Form, an und Wörter, die genau gleich dekliniert werden. Das ist der, wer, dieser, jener, jeder und welcher. Fangen wir an! Der, den, dem, wer, wen, wem, dieser, diesen, diesem, jener, jenen, jenem, jeder, jeden, jedem, welcher, welchen, welchem. Und noch einmal. Hier wurde die maskuline Form gewählt, weil es hier ganz klar ist, wie die Endungen lauten. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann! Ciao! Ciao! Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Ciao! Danke! Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe. Ich sehe einen großen See. Ich sehe einen ruhigen Ort. Ich sehe die schöne Natur. Ich sehe die hohen Berge. Ich sehe große Gebäude. Ich sehe interessante Leute. Ich sehe ein tolles Restaurant. Ich sehe gute Freunde. Ich sehe einen netten Garten. Ich sehe einen großen Park. Ich sehe eine große Grünfläche. Ich sehe viele Leute. Ich sehe eine alte Hütte. Ich sehe kaum Gäste. Ich sehe den roten Sonnenuntergang. Ich sehe weite Felder. Ich sehe Leas Auto. Ich sehe den dunklen Wald. Ich sehe einen kalten Bach. Ich sehe einige Touristen. Ich sehe einen schnellen Wagen. Ich sehe einen steilen Waldweg. Ich sehe hohe Bäume. Ich sehe Wagen. Ich sehe Wagen. Ich sehe eine Überraschung. Ich sehe eine Überraschung. Ich sehe ein süßes Reh. Ich sehe seltene Tiere. Ich sehe schnelle Radfahrer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen Sie ein Adjektive im Nominativ. Setzen Sie ein Adjektive im Nominativ. Das ist ein ruhiger Ort. Das ist die schöne Natur. Das sind die hohen Berge. Das sind große Gebäude. Das sind interessante Leute. Das ist ein tolles Restaurant. Das sind gute Freunde. Das ist ein netter Garten. Das ist ein großer Park. Das ist eine große Grünfläche. Das sind viele Leute. Das ist eine alte Hütte. Das ist eine alte Hütte. Das ist der rote Sonnenuntergang. Das sind weite Felder. Das ist Leas Auto. Das ist der dunkle Wald. Das ist der dunkle Wald. Das ist ein kalter Bach. Das sind einige Touristen. Das ist ein schneller Wagen. Das sind hohe Bäume. Das sind wandernde Menschen. Das sind wandernde Menschen. Das ist eine große Überraschung. Das ist ein süßes Reh. Das sind seltene Tiere. Das sind schnelle Radfahrer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Bye. Build. أBLUM